Wir spielen dieses Spiel. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Ist es der Freitags-Spitzler? Spielen wir... Montagsmaller, meine Damen und Herren! Wir spielen Montagsmaller! Kommt! Yeah! Zusammen mit... Moses Pellheim! Vielen Dank. So, dann haben wir das Pause, wir haben uns ja schon. Nehmt bitte Platz, nehmt Platz ihr beide bitte in mir. Moses, du bist in meinem Team. Wir sind ein Team, okay? Natürlich. Wir beide sind ein Team. Das Spiel ist ganz einfach, der Einfachheit halber fangen wir an. Das Team P sozusagen, Pierre Pellheim fängt an. Hier sind unsere Begriffe, ich kenne die Begriffe natürlich nicht. Hier ist der Oberbegriff, ein Ereignis, das kann alles sein. Das werde ich jetzt hier zeichnen. Wir haben 90 Sekunden Zeit für jede Runde. Du rätst jetzt Begriffe, wenn du es richtig errätst, wechseln wir, du zeichnest und wir versuchen so viele wie mögliche Begriffe in diesen 90 Minuten unterzubringen. Habt ihr alles verstanden? Mir egal, wir fangen jetzt an. Und zwar, das was ich jetzt zeichne ist ein Ereignis und zwar, äh, okay, gut. Dann, los geht's. Mauerfall. Sehr gut. Geburtstag, Sonnenuntergang, Urlaubsfeier, Urlaubsbeginn. Kann man Geräusche zeichnen? Welche Geräusche? Ich sehe keine Geräusche. Ein Silvester. Ja, was ist denn an Silvester immer? Ähm, äh... Wacht doch mal was! Feuerwerk! Schnell, 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 schnell! Ich hab das Gefühl, die kriegen geholfen. Wenn sie ein Handy hatten, also guck mich zum Tritt. Ein weißes Blatt Papier. Eine Krone. Eine Faustkrone. Hand. Ein Blumenkohl... Blumenkohlwiese. Blumenwiese. Blumen... Topf. Blumen... Welche? Blumenkohlwiese. Welche? Tulpe. Tulpe. Ja! Was ist denn welche für ein Zeichnung? Welche? TV-Sendung. TV-Sendung. Oh, das ist einfach. Okay. Äh... Na, 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 na. Na... Pir im Graubeschow. Nein! Kindergitter. Ja, sehr gut! Sehr gut! Das ist fast dasselbe. Was ist das für ein Überbegriff? Ähm... Person. Person. Okay. Äh, 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 Mambo-Kurt. Ein... Was ist denn? Thomas Simpson! Thomas Simpson! Yes! Sind wir gut, Mann! Äh, Begriff! Ah, das ist einfach. Ah! Darf ich den noch malen? Natürlich! Es ist meine Show, ich darf den noch malen. Nein, okay. Wie viel haben wir? Vier Punkte! Vier Punkte! Es hätte eine Steckdose werden sollen. Ihr habt, äh, ihr habt einen blauen Stift, damit das Publikum nicht verwirrt ist und denkt, Moment mal! Hä? Das kann nicht sein! Ich finde wir haben das sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Jetzt lehnen wir uns zurück und schauen den beiden beim Scheitern zu. Ihr seid jetzt schon am Ende. Das stimmt, ja. Es ist, es ist ein Ereignis. Ihr könnt keine Musik mehr. Ja, wieso kriegt ihr denn keine Musik? Na, geht doch. Äh, 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 ähm, äh, äh, äh. Fliegenflatsche, Mohnkuchen, Spargel, Spargel, Spargel pflücken, Spargel-Ernte, sag das doch, Spargel-Ernte, es geht um eine TV-Sendung, 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 Glücksrad, Telefon, 17, 17, 17, was, nicht zu blöd, nicht zu blöd für die Welt, Achso, Lotto-Dotto-Zahlen, TV-Lotto-Zahlen, Schweller gehen, Begriff, Begriff, Gegenschirm, äh, die Wand hält nicht, Scheiße, äh, Person, Schwanger, sehr gespannt, Rainer Kallmund, Zeitraum, Mengenlehre, äh, Kaffee, äh, Chemie, äh, Monsanto, äh, äh, oh Gott, äh, Rabatz, äh, Was wäre das gewesen? Schnapsglas. Schnapsglas. Entschuldigung, das hast du natürlich noch nie gesehen. Nein, nein, nein. Ich kenne keine Schnaps. Darf ich kurz nach dem Punktestand fragen, wie es geht? Auch vier Punkte. Nein! Wir machen ein Stechen. Entschuldigung, wir müssen ein Stechen machen. Jetzt müssen wir das Stechen leider nochmal. Wir müssen ein Stechen machen, das geht ganz schnell. Wir spielen gleichzeitig gegeneinander. Dann geh du doch an unsere, an unsere Wand. Boah, ich kann mit diesem Druck nicht umgehen. Du musst nicht, du scheißt das. Und Moses, Moses, wenn du es nicht schaffst, dann bin ich einfach nur sehr enttäuscht. Nicht sauer, nur enttäuscht und traurig. Ich bin, genau, ich bin nur traurig und sehr, sehr enttäuscht, menschlich, aber gut, äh, so. Merkst du, wie heiß ich bin? Okay, kann es losgehen? Dann, 3, 2, 1, Musik auf! Ah, wo ist das? Zwei Striche, eine Autobahn, Autobahn, Kraftwerk, Himmel über der Autobahn, Himmel über Berlin, ein, äh, ein Standstreifen, Raststätter auf der Autobahn, äh, ein, 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 äh, Gewitterhafte! Highway to Hill! Schmidt! Mozart! Der hat es geschafft! Der hat gewonnen! Der Gastgeber der Show angespielt worden! Das ist sehr unsympathisch! Aber egal! Litau! Vielen Dank an Onkel Fisch! Für das sympathische, wenn auch erwerbliche Parlieren! Vielen Dank an Onkel Fisch! Vielen Dank an Onkel Fisch! Das ist eines der lustigsten Videos, das ich je gesehen habe! Das müsst ihr unbedingt anklicken! Und wenn ihr schon mal beim Klicken seid, dann abonniert doch den, äh, YouTube-Kanal der Pierre-M-Grause-Show! Da gibt's ganz viele lustige Videos! Obrig beaucoup! Wirklich!